Die bisherigen Ausführungen zu den Naturgefahren in der Lektion 1 und deren Wechselwirkungen mit Extremereignissen in Lektion 2, die Aspekte der Vulnerabilität und Resilienz in Lektion 3 und die Bedeutung der Prävention in Lektion 4, all das wird nun in den übergreifenden Kontext des Katastrophenmanagements eingebettet. Es wurde schon auf die Terminologie hingewiesen. Zwar sind die Begriffe des Risikos und der Katastrophe klar getrennt definiert, aber im allgemeinen Sprachgebrauch wird Gefahrenmanagement, Risikomanagement, Katastrophenmanagement nicht klar unterschieden. Übrigens auch nicht im englischen Sprachraum, wo man von Riskmanagement, Disastermanagement, aber auch Emergencymanagement spricht. In früheren Einheiten erwähnte ich das klassische Risikomanagement und dieses möchte ich jetzt strukturiert vorstellen. Zuerst werden einige Definitionen reflektiert. Was ist also erstens zu verstehen unter Risikomanagement, im englischen Riskmanagement? Rudolf Miklau definiert es in seinem Buch zum Naturgefahrenmanagement in Österreich als Steuerung aller Maßnahmen zum Schutz vor Naturgefahren mit dem Ziel, einen angestrebten Grad an Sicherheit zu erreichen und die Sicherheitsplanung den sich veränderten Umständen anzupassen. Vergleichbar bestimmt das United Nations Office for Disaster Risk Reduction das Riskmanagement als Was ist demgegenüber ein Katastrophenmanagement, im englischen Disastermanagement? Rudolf Miklau schreibt, als Katastrophenmanagement bezeichnet man Maßnahmen zur Vermeidung oder Verminderung von Ereignissen und deren Konsequenzen, die Menschen oder Ressourcen beeinträchtigen und gefährden. Und die Vereinten Nationen definieren Disastermanagement als the systematic process of using administrative directives, organizations and operational skills and capacities to implement strategies, policies and improved coping capacities in order to lessen the adverse impacts of hazards and the possibility of disaster. Dies korrespondiert mit der ÖNorm S 2304 zu Katastrophen, Prävention und Hilfe. Die Katastrophenmanagement auf den Punkt bringt als Gesamtheit aller aufeinander abgestimmten Maßnahmen in den Bereichen Katastrophenvermeidung, Katastrophenvorsorge, Katastrophenbewältigung und Wiederherstellung nach Katastrophen, einschließlich der laufenden Evaluierung der in diesen Bereichen getroffenen Maßnahmen. Aus den verschiedenen Definitionen wird deutlich, dass es keine einheitliche strikte Terminologie gibt. Zentral ist in allen Beschreibungen jedoch, dass im Rahmen des Managements Maßnahmen ergriffen werden sollen, die die adversen Effekte von Gefahren gegenüber der sozialen Umwelt vermeiden oder zumindest verringern sollen. Als ausgezeichnet bewerte ich die neuesten Managementkonzepte des Sendai-Rahmenprogramms von 2015, die fordern, dass ein risikobasiertes Management implementiert werden soll. Das Sendai-Rahmenprogramm bezieht sich auf die dritte Weltkonferenz der Vereinten Nationen über die Verringerung des Katastrophenrisikos, die 2015 in Sendai-Japan durchgeführt wurde und das daher auch seinen Namen erhält. Denn es soll nicht nur die potenzielle Exposition analysiert werden, es sollen auch und ganz besonders die potenziellen Auswirkungen, sprich die Konsequenzen aufgezeigt werden. Denn gerade die Kenntnis über die potenziellen Konsequenzen sind ja für die Festlegung von Maßnahmen essentiell. Und entsprechend definiert das Sendai-Programm das risikobasierte Katastrophenmanagement, im Englischen Risk-Based Disaster Management, wie folgt. Policies and Practices for Disaster Risk Management should be based on an understanding of disaster risk in all its dimensions of vulnerability, capability, capacity, exposure of persons and assets, hazard characteristics and the environment. entsprechend lesen wir bei Alexander in Principles of Emergency Planning and Management Emergency Management must be risk-driven emergency managers use sound risk management principles with hazard identification, risk analysis and impact analysis in assigning priorities and resources. Den grundlegenden Ablauf eines Risikomanagementverfahrens, also eines risikobasierten Katastrophenmanagements, wird im Folgenden anhand des eingeblendeten Schemas erläutert. Es werden die drei Bereiche der Risikoanalyse, der Risikobewertung und des Risikoverfahrens zueinander in Beziehung gestellt. In der Risikoanalyse wird mit der Definition der Zielsetzung begonnen, in deren Rahmen daneben den Inhalten auch die anzuwendenden Untersuchungsmethoden festgelegt werden. Im zweiten Schritt werden die Gefahren und Risiken definiert. Hierbei wird die jeweilige Gefahr lokalisiert und die potentiell betroffenen Gebiete bestimmt. Anschließend wird in der Risikoabschätzung die Gefahrenanalyse mit der Konsequenzenanalyse kombiniert, um die Risiken zu kalkulieren. Hierzu muss in der Gefahrenanalyse die Magnitude und die Frequenz des Auftretens bestimmt werden. Es müssen historische Informationen vergangener Ereignisse ausgewertet und in den Kontext der möglichen Auslöser gestellt werden. Im Rahmen der Konsequenzenanalyse müssen die Risikoelemente und deren jeweilige Vulnerabilitäten gegenüber der Naturgefahr untersucht werden. Zu den Risikoelementen zählen punktuelle Informationen wie Gebäude, Strommasten oder auch Menschen, linienhafte Strukturen wie Straßen, Wasserleitungen und Flächen, also beispielsweise eine Agrarfläche. Häufig unterscheidet man noch zwischen mobilen, also zum Beispiel Menschen oder Fahrzeuge, und statischen Risikoelementen, also zum Beispiel Gebäude oder eine Bahnlinie. Jedes Risikoelement hat ein bestimmtes Schadenspotenzial, wobei der eigentliche Schaden von den verschiedenen Vulnerabilitäten abhängig ist. Auch bei den Schadenspotenzialen unterteilt man in direkte Schäden, also zum Beispiel die Kosten für die Wiederherstellung einer Brücke, und indirekte Schäden, also zum Beispiel die Kosten, die entstehen, dass diese Brücke unterbrochen ist und dadurch der Verkehr umgeleitet werden muss oder gar Lieferketten unterbrochen werden. Die Gefahren und Konsequenzenanalysen werden dann in der Risikokalkulation zusammengeführt. Diese wurde bereits in der Risikogleichung im Video 1 der ersten Lektion erläutert. In der Risikokalkulation werden die Stärke und die räumliche und zeitliche Eintrittswahrscheinlichkeit eines bestimmten Prozesses mit den Risikoelementen und dessen Eigenschaften kombiniert. Zu den Eigenschaften gehören die grundlegende Exponiertheit eines jeden Risikoelementes gegenüber einer Naturgefahr. Dann im weiteren auch die Zuordnung des Schadenspotenzials und der Vulnerabilität, um eben das quantitative Risiko zu berechnen. Diese Werte eignen sich dann ausgezeichnet, um verschiedene Gefahren und Risiken miteinander zu vergleichen und dienen als Grundlage für die weitere Risikobewertung. In der darauffolgenden Risikobewertung müssen die Risiken evaluiert werden. Hierzu muss festgelegt werden, welche Risiken ohne Maßnahmen akzeptierbar und welche Risiken nach bestimmten Maßnahmen tolerierbar sind. Im Falle von Maßnahmen müssen die Optionen abgewogen und Handlungsprioritäten gesetzt werden. Im Risikoverfahren werden dann auf der Basis der Risikobewertung die in Frage kommenden Handlungsoptionen in weiteren Schritten verfolgt. In einem ersten Schritt muss die Umsetzung der empfohlenen Handlungsoptionen konkretisiert und evaluiert werden. Und es ist zu betonen, Handlungsoptionen dürfen nicht nur als Interventionshandlungen verstanden werden, also zum Beispiel den Bau eines Dammes oder eines großen Retentionsbeckens. Es können genauso Entscheidungen getroffen werden, bestimmte Gebiete abzusiedeln, um den natürlichen Prozessen wieder Raum zu geben. In einem solchen Fall würde sich folglich in der Risikogleichung nicht die Gefahr, sondern die potentiellen Konsequenzen verringern. Im zweiten Schritt muss dann das beschlossene Verfahren mit allen Details geplant werden. Und diese Verfahrensplanung muss dann gemäß der gesetzlichen Planungsvorgaben und den existierenden Regelwerken im dritten Schritt implementiert werden. Nach der Durchführung des kompletten Verfahrens muss entsprechend die durchgeführte Maßnahme kontinuierlich beobachtet werden. Seien es einzeln die Gefahren oder die Konsequenzen oder seien es die Risiken. Gegebenenfalls müssen weitere Informationen gesammelt werden. Aus diesem Ablaufschema wird deutlich, dass das Risikomanagement ein kontinuierlicher Prozess ist, in dem die unterschiedlichen Schritte sukzessive bearbeitet werden müssen. Natürlich können die einzelnen Schritte in unterschiedlicher Bearbeitungstiefe durchgeführt werden. Manchmal reichen einfache Expertinnen-Einschätzungen. In anderen Fällen muss eine tiefgreifende Geländererhebung mit langjährigen Monitoringprogrammen und Szenarienmodellierung erfolgen. Aber egal in welcher Ausprägung das Risikomanagement durchgeführt wird, es muss im Risikozyklus eingebettet sein, der ja dezidiert die direkte Katastrophennachsorge mit der Bewältigung eines Ereignisses und dem Wiederaufbau und die Katastrophenvorsorge mit der Vorbeugung und der Vorbereitung beinhaltet. Und